Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Let's Buy von Starstable. Ich habe mich heute auf Dream Rocket geschwungen. Natürlich ist Yuki auch wieder mit dabei. Und wir werden uns heute eines der neuen Assateak Ponys holen. Ja! Und wie ihr mich wahrscheinlich ja schon kennt, werde ich mir das Schwarze holen. Aber vorher noch eine kleine Ankündigung. Möchtest du dazu auch noch eine Emotion machen? Danke. Und zwar haben wir, was heißt, also vorher möchte ich euch gerne noch sagen, dass Yuki und ich uns verlobt haben in Starstable. Und wir werden heute in zwei Wochen werden wir heiraten. Und daraus macht Yuki einen Livestream. Gut, machen wir weiter. Ich werde mir diesen kleinen Burschen hier holen. Damit werde ich wieder unter 5000 Starcoins rutschen. Naja, Rappe ist relativ. Ja, Rappe checken. Ja, es ist doch kein ganzes Schwarz. Also, ich finde das eher dunkelbraun-grau irgendwas. Es ist nicht ganz schwarz, finde ich. Aber es war trotzdem klar, dass wir den holen. Ja. Ich brauche einen Namen. Ich gucke jetzt gerade mal, aber die passen... Der Spitzname ist Monte. Monte? Sieht doch aus wie so ein Monte-Joghurt. Und deswegen nennst du ihn... Gibt es als Vorsicht irgendwas wie Small oder Tiny oder so? Bestimmt. Oder Baby, nenn ihn Baby Mountain. Wo ist Baby? Baby, 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 Baby. Baby! Da. Baby Mountain. Aha. Komm, Monte. Baby Mountain. Ich finde hinten links an der Flanke diese Fell-Details da total toll. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Weißt du, vor dem Knie da in der Kniekehle da. Du weißt schon. Ja, wir gucken uns das gleich mal an. Ich komme... Ich hole mir das... Äh, ja. Natürlich. Treffe uns auf der Koppel mit dem Fohlen wieder. Ja. Also, das Fohlen ist bei mir aktuell gerade in der Pflegestation. Also habe ich da gerade aktuell kein Fohlenrum-Eiern. Und ich werde mir jetzt... Ähm... Ein wunderhübsches neues Pferdchen holen. Dafür wird die Ponybox leer gemacht. Das heißt, Wildwish muss gehen. Und... Wo ist er? Hallo? Baby Mountain. Er wird nicht angezeigt. Aber die Starcoins... Er versteckt sich. Starcoins sind weg. Ich gehe nochmal raus und dann gehe ich nochmal rein. Und dann gucke ich mal, ob das... Dann noch... Ob der dann da drin ist? Nein! Wo ist er denn? Ach, da! Ah, ja. Stimmt. Ich hatte ja noch die Box frei. Ich hatte ja davon... Schon total die Panik hier. Ich habe voll die Panik geschoben, ey. Da ist er. Schon gemerkt. Willst du nicht vom Heiratsantrag erzählen? Es war ganz romantisch im, ähm... Leonardos Café. Sie hat mich um ein Date gefragt. Ich habe natürlich direkt Ja gesagt. Und dann fiel sie vor mir auf die Knie und hat mich gefragt... Und hat gefragt, ob ich sie nicht ins Starstable heiraten möchte. Und ich habe mir gedacht so... Ja, warum nicht, ne? Kann man mal machen. Ach, gib doch zu. Du dachtest eh, New York gibt ein gutes Video ab. Stimmt. Oh mein Gott. Wenn ich immer eine Nachricht von dieser App bekomme... Dann rastet mein Handy komplett aus. So, Baby. Äh, Horshaven World Adventures. Hm. So, mein kleiner B. Komm, Monte. Wir gehen dich mal einkleiden. Ich glaube, dir könnte... Dir könnte so ein guter, ähm... So ein... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Dir könnte ein Western-Outfit stehen. Oder? Ich finde, ja. Stell dir mal vor, dein Pferd hätte wirklich so ein Dressur-Level noch. Das wünsche ich mir. Das Pferde noch so ein Dressur-Level gibt. Und, äh, wenn du mit denen viel auf gegebenen Dressur-Plätzen, wie beispielsweise dieser Koppel hier oder in der Reit-Arena reitest, ähm, dann, also zum Beispiel im Trab, dann lernen die irgendwann eine Bahnführung allein sehr gut zu halten, sehr eng, um die Kurven zu gehen und solche Sachen. Gerade auszugehen, ohne auszubrechen oder irgendwas. Solche Dinge, weißt du? Krass. Das wäre voll schön. Das wäre mega schön. Dann müsstest du zwar alle deine Pferde nochmal auf Lernstür bringen, aber man kann ja auch sagen, so, dann nur mit den drei Pferden. Ja, mal gucken. Genau, da war zwar noch eine, äh, noch eine dritte dabei, aber die hat sich eh mehr für die Umgebung interessiert als für uns. Gefühlt. Auch wenn es nicht so, ähm, das finde ich eigentlich sehr hübsch, als, ähm, Ähm, ach, wie heißt das? Das finde ich auch ganz hübsch. Wobei ich finde, dass auf, äh, dass auf Monte die Western-Sättel so richtig riesig wirken. Aber es ist, es ist in Ordnung. Die sind zu andersfarbig. Die passen gut zur Decke eigentlich. Ja, warum nicht? Alle Leute denken sich jetzt so, was hat sie da für ein Bockmiss zusammengebaut. Oh ja, ich habe es. Ich habe das neue Asatik-Pony das erste Mal unterm Sattel kleben. Yay! Komm, Monte, auf geht's. Wir zeigen uns jetzt mal in voller Pracht der lieben Yuki. Ich glaube, ich werde den Ton bei der Dressur demnächst mal verschärfen. Ja? Ja, ich mache das bisher halt immer noch so total lieb. So würdet ihr bitte und auch gut schon und seid doch mal so lieb. Ich glaube, das ändern wir jetzt langsam mal so. Step by step. Mhm. Ich würde mich vielleicht mal angewöhnen, öfters tagsüber aufzunehmen, anstatt immer nachts. Ja. Ich meine, mittlerweile geht es nachts in Starstep-Landingermaßen. Es ist nicht mehr ganz so düster wie früher. Aber mir ist es immer noch ein bisschen zu dunkel. Auch wenn ich es im Nachhinein ja immer noch heiler beabschieden kann. Hm. So, und hier seht ihr gerade den Schritt des kleinen Kerlchens. Komm, gebt zu, diese Gamaschen sehen toll aus. Ich finde es aber voll süß, wie das Pony den, ähm, die Hinterrufen so abrollt. Seht ihr das? Mhm. Das ist schon cool. Geh noch mal einen Schritt, bitte. Ich will nichts sagen, aber die Vorderrufen erinnern mich ein bisschen mehr an den Drakena. Wir machen jetzt mal einen Test. Ich werde das abnehmen und dann gucken wir uns die Vorderrufen mal an. Der geht damit auch so ein bisschen nach hinten weg. Siehst du das? Ja, aber... Also es ist noch gerade so okay, aber es ist auch schon grenzwertig. Seht wenigstens nicht so aus, als ob so die Knochen dieses Pferdes Wackelpudding wären. Ja, beim Trakena sieht das echt aus, als wären die Gelenke komplett raus. Beim Trakena halt leider ist. Ich kann nicht oft genug sagen, wie schade ich das finde um diese wunderschöne Pferderasse. Weil so an sich ist die Pferderasse super schön und sie ist auch wirklich nicht schlecht. Aber dieser Trab, der geht einfach gar nicht. So, und dann... Der Trab ist halt dieses typische Ponytraben. Mit dem Beinchen so wegwerfen. Voll süß. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, mich tritt ein Pferd, ey. Hm? Ich habe gesagt, der knickt, was bei der Trakena im Trab bei den Vorderrufen hat, dass das Pony das bei den Hinterrufen hat, aber... Ich glaube aber nicht. Oder? Doch so ein bisschen, ne? Ja. Hm... Star Stable, warum tust du das? Deswegen macht man vor jedem Pferdekauf eine... eine Ankaufsperson. Kostet zwar ein Schweinegeld, aber das Pferd kostet mehr. Ja. Das würde ich auch immer in real life machen. Immer einen Tierarzt mitnehmen oder so und dann... Normalerweise reitest du Pferde vorher auch Probe, bevor du sie kaufst. Also... Das ist normalerweise... Dafür sieht der langsame Galopp aber wieder... Also der kurze Galopp wieder ziemlich gut aus. Ich finde, da sehen... Da sieht die Hufkonstellation sehr... schön aus. Oder? Ja. Die Hinterbeine sehen so ein bisschen auseinander aus. Das hat eine lange Schwebephase. Wenn mir das gerade mal hier so... Ich mir gerade mal hier so angucke, sieht das gerade so aus, als ob dieses Pferd so... an so... an so ein paar... Fäden angebunden wäre. Und dann... Und die Beine nur bewegt, ne? Und die Beine nur bewegt. Das bewegt den Körper nicht wirklich. Ja, der Körper geht halt einfach gar nicht mit. Guck dir mal von meinem Fett den Körper an. Der schaukelt richtig. Irgendwie nicht wirklich. Jetzt ja. Jetzt ja. Also jetzt hier bei dem schon. Aber bei dem da drunter nicht. Wie wenn man so einen Hund übers Wasser hält und der paddelt mit den Puppen rum. Spring nochmal. Ja, ist okay. Jetzt, äh... Kommen wir erstmal zu dem, äh... Springen, wenn man nur im... Also mit dem... Hohn springen. Und jetzt stellen wir uns die Frage der Fragen. Wie sieht das Steigen der Ponys aus? Oh, oh. Oh, das ist okay. Das ist dasselbe Steigen, was die, äh... Jorvik'schen Starter Ponys auch haben. Das Steigen ist tatsächlich mal wieder eins, was das selbe sein, was okay ist. Ja. Abgesehen, also, ne? Anders als bei den Jorvik'schen Warmblütern, den Lusitanos oder den Clydesdales. Also die Lusitanos finde ich gut eigentlich. weil... Äh... Ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das nicht. Mit diesem... Als hätten die in den Vorderbeinen halt überhaupt gar keine Kraft und gehen mit den Hinterbeinen so richtig weg. Ja, würde ich, wenn ich das in Real Life sehen würde, würde ich auf jeden Fall sch... Aber ihr guckt beim Rückwärtsgehen nicht wirklich nach hinten, sondern eher nach vorne. So starr nach vorne. Ja, wobei... Der Kopf ist so ein Stückchen nach hinten. Oh Gott, ich sehe das Innere deines Pferdes, das will keiner sehen. Aber so... Ansonsten eigentlich... Hm. Steigen wir mal von Stell dir mal vor, Star-Star-Star hätte da wirklich Organe und so animiert. Jo. Und gucken uns da noch das Führen an. Hier sieht es jetzt so aus im Schritt, als ob das Pferd so nicht weiß, wo es mit seinen Hinterhufen hin soll. Es winkelt sie wirklich ziemlich stark an, so nach dem Motto so, meine Gott, meine Beine sind zu kurz geraten und ich, äh, hab da echt kein, äh, keine Ahnung, wie ich das mit den Hufen machen soll und deswegen schleife ich sie jetzt einfach so mit. Hm. Hm. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich würde auf jeden Fall... Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Bin ich auch gerade so ein bisschen. Ich meine, doch, dadurch, dass ich mein Ziel ja vervollständigen will, dass ich alle Pferde aus Star-Stable habe, werden auf jeden Fall die anderen beiden bei mir auch noch einziehen. Aber ich finde, Star-Stable hat bei den Pferd, bei der Pferderasse so viel Potenzial verschenkt, dass, dass irgendwie hätte besser sein können. Hm. Vor allen Dingen, was ich halt jetzt auch so schade finde, ist, dass Star-Stable jetzt, ähm, auf Ach und Krach versucht, diese ganzen alten Rassen zu einer Premium-Rasse umzuwandeln. Ich finde, die sollten lieber erstmal Pferderassen reinbringen, die es gibt. Pasophinus! Star-Stable! Bringt Pasophinus rein! Nimmt euch ein Beispiel an Horsehaven World Adventures. Die bringen am 20. März 2019 die Pasophinus raus. Ja. Aber trotzdem wird, äh, Monte bei uns im, äh, Kader bleiben. Im Kader? Im Kader. Im Team, was auch immer. so. Das war's dann jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal auch schon wieder. Ciao, ciao! 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 Vielen Dank.